Hallo zusammen, auch ich möchte heute ein Gebet aussprechen. Bismillahirrahmanirrahim. Lieber Gott, bitte gib den Hungrigen zu essen. Gib den Obdachlosen eine Unterkunft. Gib den Bedürftigen das, was sie brauchen. Denn du weißt am besten, was wir brauchen. Lehre uns zu lieben. Lehre uns, alle Geschöpfe wertschätzen zu können. Lehre uns, sensibel gegenüber allen Lebewesen zu sein. Selbst die kleinste Ameise zu säen und um dessen Wohl zu sorgen. Gib uns Kraft, richtig zu handeln. Gib uns Kraft, das Richtige von dem Falschen zu unterscheiden. Gib uns Kraft, stets auf dem geraden Weg zu bleiben. Denn du weißt am besten, was gut für uns ist. Bewahre uns vor Menschen mit bösen Absichten. Bewahre uns vor falschen Gedanken und davor, selbst böse Absichten zu haben. Nimm uns die Angst vor dem Unbekannten. Nimm uns die Angst vor neuen Gedanken. Schenke uns Frieden. Schenke der Welt den Frieden. Schenke den Traurigen die Freude, den Armen die Güter, den Einsamen die Geborgenheit. Ermögliche uns, gute Menschen zu sein. Ermögliche uns, bei Ungerechtigkeiten Zivilcourage zu zeigen. Den Bedürftigen und Unterdrückten zu helfen. Ermögliche uns, eine friedlichere Welt aufzubauen. Amen.